Wir kommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Franziska Zödel. Und wir schauen uns heute eine ziemlich weit verbreitete Angst an, Franziska. Genau, und ich bin fast gar nicht betroffen davon. Es geht um die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, die jetzt im Herbst bei Betroffenen wieder voll durchschlägt, wenn die Tiere sich von draußen so langsam in das warme Haus oder in die Wohnung hineinretten. Wir haben heute einen Experten bei uns zu Gast, der wird uns hoffentlich erzählen, wie man diese Arachnophobie in den Griff bekommt, vielleicht sogar los wird. Es ist Johannes Lanzinger, er ist Klinischer und Gesundheitspsychologe bei Phobius. Das ist eine Praxis, die sich auf Angststörungen spezialisiert hat. Und die Arachnophobie ist wahrscheinlich eine der häufigsten Angststörungen, nehme ich mal an. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, jetzt fühlen sich die meisten Menschen ja vermutlich nicht gerade wohl, wenn eine Spinne im Raum ist, wenn ihnen eine Spinne auf die Pelle rückt. Ab wann spricht man denn überhaupt mal von einer Phobie? Genau, also wie Sie richtig gesagt haben, die allermeisten Menschen würden jetzt nicht unbedingt freiwillig mit einer Spinne kuscheln. Das ist ganz normal. Eine Phobie ist aber was anderes. Da gibt es Diagnosekriterien. Die wichtigsten sind einfach eine starke Angstreaktion, wenn man mit dem Objekt konfrontiert wird und eine starke Vermeidungstendenz, dass man nicht konfrontiert wird. Das sind eigentlich so die zwei Hauptkriterien. Und nicht im Diagnose-Manual, aber doch relevant, gibt es einen Leidensdruck. Wenn ich jetzt in einer Umgebung lebe, wo es keine Spinning gibt, ist es nicht unbedingt behandlungsbedürftig und entsprechend würde man wahrscheinlich jetzt auch keine Phobie diagnostizieren, obwohl es vielleicht da ist. Das ist auch ein Kriterium. Und was auch immer noch dazu kommt, ist der körperliche Aspekt der Angst. Bei einer Phobie braucht man auch immer diese körperliche Komponente. Das heißt Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Panikattacke, wenn es ganz schlimm ist. Also dieser Aspekt muss auch vorhanden sein, dass man von einer Phobie sprechen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur meine Mitbewohnerin hole, die mir die Spinne aus dem Zimmer trägt, weil ich es nicht so mag, dann ist es noch nicht unbedingt eine Phobie. Aber wenn ich schreiend und wirklich zitternd am Stuhl stehe und auch nicht campen gehe vor lauter Angst vor Spinnenden und Krabbeltieren, dann ist es schon eher in Richtung einer Phobie. Genau. Natürlich ist die Grenze fließend und hängt immer vom individuellen Psychologen auch ab, ob man sagt, ja, das ist eine oder nicht. Aber ja, im Grund ist es genauso. Und wann wird es dann zum Problem, sage ich mal? Und was sind da vielleicht so Extrembeispiele? Zum Problem wird es eben dann, wenn vor allem die Vermeidungsverhalten und Tendenzen immer stärker werden oder so stark sind, dass ein normales Funktionen nicht mehr möglich ist. Ein Beispiel von einer Patientin von mir, die konnte zum Beispiel alles, was mit Natur irgendwie zu tun hatte, hat sie vermieden. Das heißt, wenn sie über eine Wiese gehen sollte, dann ging das nur mit hochgeschlossenen Schuhen, also Gummistiefeln, Handschuhen. Sie konnte nur mit eineinhalb Metern Abstand zu irgendwelchen Sträuchern und Bäumen irgendwo vorbei. Und auch im Haushalt musste sie jeden Tag die Möbel verrücken, um sicherzustellen, dass sich keine Spinnenweben und Netze gebildet haben. Musste jeden Tag Staubsaugen, jeden Tag Staubwischen, einfach um dem vorzubeugen, dass sich irgendwo Spinnen niederlassen. Hat auch zeitweise mit einem Taschentuch über dem Mund geschlafen und einem Moskitonetz, dass auch nachts nichts passieren kann. Und ja, die hat sehr darunter gelitten und gibt offensichtlich einen Leidensdruck, auch in Wien, wo es jetzt nicht so viele Spinnen gibt eigentlich. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen? So das Klischee vom tapferen Mann und von der hysterischen Frau ist ja, wie wir wissen, ein Klischee. Aber wie ist das bei der Arachnophobie? Ja, also bei allen Phobien gibt es ein Geschlechtermissverhältnis. Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen und ein Drittel Männer. Wobei man sich nicht ganz sicher ist, ob das wirklich so ist oder ob die Männer eben die Tapferen spielen. Aber grundsätzlich gibt es schon eine Tendenz, dass Frauen mehr darunter leiden als Männer. Warum ist es jetzt eigentlich so, dass ausgerechnet Spinnen auf so viel Angst stoßen, dass diese Phobie so verbreitet ist? Ja, darüber streiten sich die Experten, weil es ist ja ganz spannend. Spinnen sind nämlich nicht besonders tödlich. Ich glaube, weltweit gibt es so unter 100 Todesfälle jährlich, was Spinnen angeht. Und wenn man sich Schlangen anschaut, ist man in ganz anderen Sphären. Ja, das sind Zehntausende. Oder auch andere Tiere wie Alligatoren. Moskitos. Moskitos. Warum gerade die Spinnen? Und es ist auch so, dass tatsächlich unter den Tierphobien, wenn man die mal alle zusammennimmt, die Spinnenphobie die häufigste ist. Und da gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Es gibt ja die arztverwandten Skorpione, die sehr, sehr tödlich sind. Es gibt Theorien, wobei man die nicht unbedingt bestätigen konnte, dass es vielleicht früher Spinnen gab, die sehr wohl sehr tödlich waren und daher diese Phobie rührt, die es aber heute nicht mehr gibt. Man hat aber, glaube ich, keine fossilen Spinnen gefunden, die entsprechend giftig waren. Wobei das sehr schwer ist. Also es ist nicht auszuschließen, dass es das gab. Grundsätzlich ist es so, dass wir vor allen bedrohlichen Tieren, die lebensgefährdend sein können, die tödlich sein können, eine Angst haben. Bei großen Tieren ist es irgendwie nachvollziehbar. Elefant, obwohl der kein Raubtier ist, löst trotzdem Respekt und Angst aus. Und bei kleinen Tieren hat sich eben so eine phobische Angst entwickelt, weil die eigentlich keine Angst auslösen, weil sie uns in dem Sinn nichts tun können, aber sie sind giftig oder Krankheitsüberträger. Und entsprechend gibt es da phobische Ängste. Eben bei Insekten grundsätzlich, weil sie Krankheiten übertragen können. Und bei giftigen, kleinen Tieren. Und dazu gehören halt auch die Spinnen. Aber liegt es jetzt in der Genetik oder ist die Angst vor der Spinne schon auch angelernt, weil man es eben bei den eigenen Eltern sieht? Es gibt eine Prädisposition für diese Angst. Das heißt, man hat grundsätzlich die Möglichkeit, Angst vor einer Spinne zu entwickeln. Das habe ich zum Beispiel bei einem Baum nicht oder bei einer Lampe oder einem Tisch. Auch wenn ich da negative Erfahrungen mache oder auch wenn mir meine Eltern sagen, aufpassen, der Tisch ist sehr gefährlich, da könnte man sich anhauen. Es wird sich trotzdem keine Phobie entwickeln. Und bei einer Spinnenphobie ist es so, wenn ich das Glück habe, ich habe keine allzu starke Veranlagung und ich habe nie negative Erfahrungen gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich keine entwickeln. Wenn aber entsprechend Umwelteinflüsse da waren, dann ist es möglich, dass ich eine entwickle. So kann man sich das vorstellen. Also uns ist keine Phobie angeboren, aber die Anlage für eine Phobie ist uns angeboren. Und was macht da vielleicht auch die Kultur aus, weil Spinnen, jetzt steht Halloween wieder vor der Tür, werden ja auch immer als etwas Gruseliges und Ekelhaftes und etwas Furchterregendes geframed. Und auch wenn man jetzt an so Kinderserien wie die Binne Maya denkt, dann ist die böse Spinne Tekla da. Wird das irgendwie auch einfach vermittelt? Achtung, Spinne, habe Angst davor? Ja, auf jeden Fall. Man vermutet, da gibt es auch inzwischen mehr Studien dazu, dass je weiter die Population von der Natur entfernt ist, also Menschen, die in Städten leben, die wenig Kontakt zu Spinnen haben oder auch zu anderen Tieren, dass es so zu sein scheint, dass tatsächlich die Personen mehr Phobien haben. Also je weniger Kontakt ich zu dem tatsächlichen Tier habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Phobie entwickelt. Und dann kommt sicher noch der Effekt dazu. Im Endeffekt heißt es ja, ich weiß nicht, wie dieses Tier reagiert, wie das agiert. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Tier reagiere, weil ich einfach keine Erfahrungswerte habe. Und diese nicht existenten Erfahrungswerte aus der Natur werden dann ersetzt durch Erfahrungen aus Filmen, aus der Popkultur, aus Berichten, die aber dann meistens sehr realitätsfern sind und eher den phobischen Aspekt hervorheben. Und somit diese Kombination scheint wohl so zu sein, dass die eine vermehrte Phobie dann von Spinnen oder anderen Tieren auslöst. Aber könnte man seine Angst so ein bisschen in den Griff kriegen, dass man sich einfach informiert über die Tiere, ganz viele Informationen sammelt und sich die auch mal anschaut oder bringt das nichts? Ja, auf jeden Fall. Das wäre so der erste Schritt, den wir auch in der Praxis so machen. Wir schauen uns erstmal an, was gibt es für Überzeugungen, für Informationen auf Seiten des Betroffenen, der Betroffenen und sind die korrekt? Also oft gibt es auch irrationale Überzeugungen. Es gibt ja dieses ganz bekannte Experiment. Ich weiß nicht, welche Uni das gemacht hat, schon vor, ich glaube, über 20 Jahren, wo es darum ging, wie einfach es ist, Fake News zu verbreiten. Und da das Fake News war, dass man pro Jahr irgendwie im Schlaf eineinhalb Spinnen isst oder so. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, genau. Das war tatsächlich ein Experiment, ich glaube, von Psychologen, die sich angeschaut haben, wie schnell verbreitet sich so eine absurde Geschichte. Franzi kann die Maske beim Schlafen wieder aufziehen. Gott sei Dank. Okay, also das stimmt einmal nicht. Was ist noch sowas, was Leute glauben und was gar nicht stimmt? Ich frage aus ganz unein für alle Freundinnen. Typisch ist, denke ich, auch die Überzeugung, dass vielleicht Spinnen springen können. Es gibt Spinnen, die springen können, aber die allermeisten können es nicht. Dass Spinnen aggressiv sind vielleicht, dass sie auf einen Zug krabbeln, dass sie den Arm raufkrabbeln, wenn man nicht aufpasst. Wenn es dann Phobien sind, ja irrational. Und eine sehr starke Phobie führt auch zu sehr irrationalen Gedanken. Es können dann auch so, man nennt das ein bisschen magisches Denken, Gedanken entstehen. So, wenn ich eine Spinne umbringe, vielleicht wollen sie die anderen an mir rächen. Oder ich löse dann irgendwie ein negatives Karma aus und das führt dazu, dass dann irgendwie die Spinnen böse auf mich sind. Und das Gefühl, dass die Spinne immer zu mir kommt oder dass immer ich die Person bin, die jetzt von einer Spinne erschreckt wird oder die mit Spinnen mehr in Kontakt kommt als andere, das nennt sich selektive Wahrnehmung. Man nimmt immer vor allem das wahr, was man wahrnehmen will, wo der Fokus drauf ist. Und andere Menschen vergessen es gleich wieder, wenn sie irgendwo eine Spinne sehen, weil sie ihnen egal ist. Und einer Person, die Spinnenphobie hat, fließt es nicht an ein einschneidendes Erlebnis und das erinnert sie auch. Also diese Effekte kommen auch zum Tragen, die wir uns dann anschauen und überprüfen. Also sowohl quasi über die Spinnen selbst, als auch über kognitive Denkfehler, die durch irrationale Ängste entstehen beim Patienten, bei der Patientin. Gibt es eigentlich eine tiefergehende Thematik, die bei einer Spinnenphobie öfter zugrunde liegt? Also ich habe zum Beispiel ziemliche Angst vor dem Fliegen und mir hat mal jemand gesagt, das kann damit zusammenhängen, dass man sich schwer damit tut, Kontrolle abzugeben. Gibt es sowas bei Spinnenphobie auch? Grundsätzlich sind alle Ängste oder allen Ängsten zugrunde liegt die Überzeugung, dass man keine Kontrolle hat. Das Gegenteil von Angst ist nicht unbedingt Mut, sondern das Gefühl Kontrolle zu haben. Und immer wenn ich keine Kontrolle habe oder gefühlt keine Kontrolle, habe ich auch Angst. Weil wenn ich Kontrolle habe, ist die Situation bewältigbar und dann brauche ich keine Angst haben. Das heißt, auch bei einer Spinnenphobie geht es darum, nicht zu wissen oder die Situation nicht einschätzen zu können. Und das passt auch ganz gut zu Spinnen, weil die einen relativ unvorhersehbaren Gang haben und man nicht genau weiß, wo vorne, wo hinten ist, in welche Richtung sie krabbeln, wie schnell die sind, wie sie reagieren. Die haben kein Gesicht, man kann keine Emotionen ablesen. Die sind uns einfach sehr weit entfernt. Und wenn man sich mit Spinnen nicht auskennt, sind die sehr schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. Und bei einer Phobie kommt dann auch dazu, ich selbst vertraue mir nicht, weil ich nicht weiß, wie ich reagiere. Vielleicht habe ich so eine Panikattacke, dass ich erstaue und mich nicht mehr bewegen kann. Vielleicht springe ich irgendwo hin. Also auch da gibt es eine fehlende Kontrollüberzeugung oft in Bezug auf das Objekt der Angst, aber auch in Bezug auf mich selbst. Und jetzt haben wir eh schon so ein bisschen über die Therapie geredet. Das heißt, am Anfang steht einmal Informationen sammeln, Mythen aufklären. Wie geht es dann weiter? Führt an der Konfrontation irgendein Weg vorbei? Wäre mir sehr recht. In den wenigsten Fällen. Es gibt Ausnahmen, aber schlussendlich geht es darum, Kontrolle herzustellen, Situationen bewältigbar zu machen. Und dafür muss man sich in irgendeiner Art und Weise der Situation auch stellen. Das heißt, wie läuft es dann in einem geregelten professionellen Umfeld ab? Wie läuft es bei Ihnen ab? Das Allerwichtigste ist, dass meine Patienten und ich an einem Strang ziehen. Das heißt, man nennt das dann Psycho-Edukation. Da geht es erstmal darum, zu erklären, warum man sich jetzt überhaupt mit der Spinne auseinandersetzen muss. Warum ich diesen Schritt machen muss, mich einer Situation zu stellen, die für mich sehr viel Angst auslöst. Und weil das ist ja nicht unbedingt auf den ersten Blick plausibel, warum man das machen muss. Also das ist ganz wichtig, dass man mal sich einigt darüber, dass das sinnvoll ist. Im Sinne von, es geht darum, Kontrolle wieder zu erlangen über für mich unkontrollierbare Situationen. Und je mehr Kontrolle ich habe, desto weniger Angst habe ich. Das ist der erste Schritt, dass man da so eine Art Compliance herstellt. Dass der Patient oder die Patientin motiviert es, sich dem zu stellen. Und dass es nicht eine halbe Zwangsgeschichte ist. Ja, ich muss das, weil das dann mein Psychologe sagt, aber eigentlich will ich es nicht. Und das ist auch schon eine Änderung des Mindsets im Endeffekt. Davor habe ich so, meine Grundüberzeugung ist, ich muss das irgendwie vermeiden. Ja, ich muss alles dafür tun, um nicht mit Spinne in Kontakt zu kommen. Und da versuchen wir schon zu etablieren, eigentlich wollen wir das Gegenteil. Ja, ich will mich dem stellen. Und das macht schon einen Riesenunterschied im Sinne wieder von Kontrolle. Ich habe dann mit plötzlich die Kontrolle über die Situation, nicht mehr die Spinne. Das ist so die wichtigste Grundannahme, die wir da quasi erarbeiten wollen mit dem Patienten, mit der Patientin noch bevor es überhaupt zur Konfrontation kommt. Dann im zweiten Schritt kann man, muss man aber nicht gewisse Skills trainieren. Zum Beispiel die Bauchatmung. Wie schaffe ich es in der Situation ein bisschen ruhiger zu bleiben? Wenn die Spinnenphobie sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dann macht es durchaus Sinn. Erstmal das zu üben, dass man auch da wieder ein Tool hat, wo man sich selbst ein bisschen kontrollieren kann, um etwas mutiger in das Ganze reinzugehen. Man muss es aber nicht tun. Die Konfrontation ist trotzdem effektiv, auch ohne solche Skills. Aber es macht den ersten Schritt leichter bei manchen. Ja, und dann der dritte und letzte und wichtigste Schritt ist dann tatsächlich das Sich-Stellen. Und da arbeiten wir hierarchisch, allein aus einem humanistischen Zugang. Wir wollen da keine Folterknechte sein und langsam starten, dass man sich auch gewöhnen kann, dass man mal versteht, wie Konfrontation funktioniert. Das kann zum Beispiel einfach nur ein Bild sein oder eine Zeichnung. Oft auch nur das WhatsApp-Smiley von einer Spinne, ja, eigentlich ganz abstrakten Dinge. Und dann nähern wir uns immer mehr der tatsächlichen Spinne an. Und natürlich kommt die Frage oft auch ganz am Anfang, muss ich am Schluss eine Spinne über meine Hand laufen lassen? Und da kann man ganz klar sagen, nein, muss man nicht. Es kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Wenn mein Ziel ist, dass ich es aushalten will, dass meine Spinne über die Hand läuft, ja, dann muss man es tun. Wenn mein Ziel nur ist, ich will einigermaßen ruhig bleiben, wenn im Badezimmer irgendwo plötzlich eine Spinne in der Dusche ist und ich die vielleicht selbst entfernen kann, dann ist es nicht notwendig. Die Ziele ändern sich oft auch aber im Lauf der Therapie. Wenn jemand zu Ihnen kommt, dann hat die Person ja entschieden, sich mit der Angst auseinandersetzen zu wollen. Denn wie geht man denn aber damit um, wenn zum Beispiel die Partnerin oder der Partner oder Elternteile oder auch Kinder ganz eindeutig ein sehr phobisches Verhalten gegenüber Spinnen an den Tag legen? Soll ich die Spinnen dann für die raustragen oder soll ich das durchaus ein bisschen pushen, dass da auch mal eine Konfrontation passiert? Mit dir verreise ich nie, Antonia. Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die vielleicht nur theoretisch relevant ist, weil in der Praxis ist man dann doch der, der dann die Spinne rausbringt, wenn man es der anderen Person jetzt in dem Moment nicht zumuten will. Und eine Therapie ist ja immer ein geplantes konfrontatives Vorgehen. Das heißt, wir starten mit einfachen Sachen und steigern uns langsam. Und man kann jetzt nicht erwarten von dem Freund, der Freundin, dem Kind, dem Ehepartner, dass der plötzlich sich mit dem konfrontieren soll von heute auf morgen und das geht dann. Also wenn die Person wirklich eine Phobie hat, ist es immer besser, das professionell angehen zu lassen, anstatt dass man jetzt selbst irgendwie rumexperimentiert. Und man will seine Lieben ja auch nicht quälen. Beziehungsweise Franziskas Blick könnte gerade töten. Aber grundsätzlich sollte man natürlich schon irgendwo die rationale Stimme sein und die Person irgendwie beruhigen und sagen, das schaffst du und ermutigen. Aber nicht irgendwie dann zwingen zu ihrem Glück. Ich muss sagen, mich treibt nichts mehr auf die Palme, wenn man dann irgendein gescheiter Mensch erklärt, die tut dir doch nichts. Weil das weiß ich ja selber. Ja, richtig. Der relevantere Satz wäre, die Angst tut dir aber nichts. Ja, aber es geht nicht um die Spinne, die ist nicht das Problem, sondern die Angst ist das Problem. Und das ist ein vielleicht ein bisschen sinnvollerer Satz, den man sagen könnte. Du bist der Chef und nicht die Angst. Was mich jetzt aber noch interessiert hätte, weil für mich sind eigentlich nicht die Menschen mit Spinnenphobie die komischen, sondern die, die sich dann wirklich eine Vogelspinne als Haustier halten. Ist denn diese Faszination für Spinnen oder diese fast schon Begeisterung für dieses Tier, das anderen so viel Angst macht, auch bis zu einem gewissen Punkt, sagen wir mal, interessant? Das wäre quasi die andere Seite der Skala. Auf der einen Seite die Leute, die sehr, sehr stark Angst haben. Auf der anderen Seite, die gar keine Angst haben. Beides, würde ich sagen, ist nicht normal im Sinne von, die meisten Leute sind irgendwo in der Mitte. Und ich denke, Spinnen üben auch gerade deswegen eine Faszination aus, weil sie eine gewisse Reaktion hervorrufen, eine gewisse Stressreaktion. Man kann das wahrscheinlich mit Horrorfilmfans vergleichen oder mit Extremsportlern. Die meisten Menschen machen es nicht. Manche finden diesen Adrenalinrausch und Kick interessant. Und natürlich auch der soziale Aspekt. Man kommt damit wahrscheinlich ganz gut an auf Partys, wenn man sagt, man hat eine Spinne oder man macht sich damit vielleicht auch interessant. Vor allem bei Franziska. Vor allem, genau. Also da breche ich den Besuch sofort ab, wenn da wer eine Spinne zu Hause hat. Aber kann aus einer Arachnophobikerin auch eine begeisterte Vogelspinnenhalterin werden? Ich frage nicht für mich. Das liegt durchaus im Rahmen des Möglichen. Man kann so spezifische Phobien wirklich loswerden, wenn man die Motivation hat und das Durchhaltevermögen. Dann ist das recht wahrscheinlich, weil man sich ja dann sehr intensiv damit beschäftigt und dann vielleicht auch seine Liebe irgendwie zu diesem Lebewesen entdeckt. Weil Spinnen ja durchaus sehr, sehr interessante und faszinierende Tiere sind, wenn man den Angstaspekt mal zur Seite gibt. Und dann ist es durchaus möglich, dass aus einer anfänglichen Phobie eine Faszination wird. Was mich noch interessiert, die Konfrontation in Ihrer Praxis. Haben Sie da immer eine Spinne irgendwo auf Lager oder wie funktioniert das? Ja, wir haben verschiedene Materialien. Also wir, wie schon erwähnt, fangen mit Zeichnungen an, haben Bilder, Fotos, verwenden noch viele Videos, die man zum Beispiel einfach auf YouTube findet. Dann haben wir alle möglichen Gummispinnen. Wir haben echte tote Spinnen oder Häute von zum Beispiel Vogelspinnen, mit denen wir arbeiten können. Und seit 2017, seit es unsere Praxis gibt, war damals ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, das jetzt inzwischen nicht mehr so ist, haben wir auch VR-Brillen, mit denen wir Konfrontation anbieten können, das bei Spinnen sehr gut funktioniert. Weil die Spinnenphobie eine sehr optische Phobie ist ja. Dieser Umriss oder dieser Schatten von so einem haarigen Insekt ist ganz charakteristisch. Und da gibt es auch Studien dazu, dass auch schon Babys da mehr Aufmerksamkeit auf so einen Spinnenumriss lenken, als auf einen Stuhl oder irgendein neutrales Objekt, bevor die überhaupt Kontakt zu einer Spinne hatten. Also eine sehr visuelle Phobie. Entsprechend funktioniert die VR-Brille da auch sehr gut. Und damit lässt sich super trainieren. Man weiß, die Spinne ist nicht echt, trotzdem löst es Angst aus. Und der letzte Schritt ist dann, wenn das die Patientin will, eine echte Spinne. Und wir verwenden da meistens einfach Hausspinnen, die wir daheim irgendwo in einer Ecke finden oder aus dem Keller holen oder beim Spazieren durch den Wald mitnehmen. Also entweder Winkelspinnen, Zitterspinnen, manchmal auch Wespenspinnen. Und das sind ja auch die relevanten Spinnen, weil wir sind in Österreich nicht mit Vogelspinnen konfrontiert, sondern mit genau diesen. Und mit denen lässt sich da auch gut arbeiten. Weil viele Leute ja im Kopf haben, dass so eine Therapie etwas ist, das Jahre dauert. Ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so eine kommt drauf an Frage. Aber wie lange braucht es in etwa, wie viele Therapieeinheiten sind nötig, um mit einer Spinnenphobie einen Umgang zu finden? Ja genau, es kommt drauf an. Aber grundsätzlich ist die Behandlung von spezifischen Phobien schon eine Kurzzeittherapie. Also ich kann jetzt einen Wert sagen, der dann wahrscheinlich nicht stimmt beim Einzelfall. Aber ich würde mal sagen, wenn man irgendwo zwischen 10 und 15 Einheiten sagt, liegt man sicher nicht weiter neben. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es vielleicht etwas länger. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber grundsätzlich ist es keine Ewigkeitsgeschichte. Also nicht wie man sich Psychotherapie vielleicht vorstellt, dass man jetzt drei Jahre lang in Therapie gehen muss und über seine Kindheit und seine Beziehung zu den Eltern etc. reden muss. Sondern es ist eigentlich relativ praktisch und relativ schnell machbar. Und man kann es tatsächlich auch geblockt machen, was einige Patientinnen bei uns auch machen, die vielleicht eine weitere Anreise haben. Es ist durchaus möglich, das innerhalb von drei Tagen zu machen. Dann macht man halt pro Tag drei, vier Stunden. Ist anstrengend, aber auch sehr effektiv. Und muss man sich dann immer wieder dem Ganzen aussetzen in Zukunft? Also muss ich dann auf die Suche nach Hauswinkelspinnen gehen, damit ich nicht wieder Angst entwickle? Oder ist es das dann? Nicht unbedingt. Wichtiger ist, dass man seine Vermeidungs- und Sicherheitsstrategien, die man sich im Laufe des Lebens angewohnt hat. Also ich mache bestimmte Dinge eben nicht aus Angst, dass eine Spinne kommt. Oder ich eben eine Sicherheitsstrategie wäre auch, wie ich vorhin erwähnt habe, ein Moskitonetz zu verwenden, dass ich die abbaue. Also ich muss mich jetzt nicht gezielt damit konfrontieren, aber ich muss es zulassen, dass ich mich unabsichtlich damit konfrontiere. Also diese Verhaltensweisen ist ein ganz wichtiges Ziel, diese abzubauen und somit die Möglichkeit zu tolerieren, dass ich in meinem Leben mit Spinnen in Kontakt komme. Das wird dann dazu führen, dass ich tatsächlich mehr mit Spinnen in Kontakt komme und das wird zu einer weiteren Normalisierung führen. Meine Uroma hat tatsächlich immer ihre Schuhe ausgeklopft, weil sie Angst vor Skorpionen hatte im Tiroler Oberland. Aber Skorpione sind anscheinend auch so eine Urangst, oder? Ja, das sind ja auch Spinnentiere. Genau. Sie hat anscheinend einmal einen gefunden, sagt die Familienlegende. Im Urlaub in... Genau. Ich denke, ein Grund, warum die Spinnenphobie so verbreitet ist und nicht die Schlangenphobie, wobei die auch sehr verbreitet ist, ist einfach, weil überall Spinnen sind. In jedem Haus auf der ganzen Welt gibt es irgendwo Spinnen. Schlangen sind deutlich weniger oft in der Zivilisation zu finden. Da muss man schon irgendwo in den Wald gehen oder nach draußen. Ich denke, das ist schon ein Grund, warum gerade die Spinnenphobie so verbreitet ist. Ich würde sagen, bevor Franziska hier jetzt anfängt, die Winkel auf Spinnennetze zu durchsuchen, kommen wir langsam zum Schluss. Eine Frage hätte ich aber noch, weil wir ja doch alle so ein bisschen Angst vor Spinnen haben. Gibt es irgendwie einen Tipp oder eine Übung, wie man mit so doch irgendwie in Ansätzen vorhandenen Phobien umgehen kann oder sich vielleicht auch mal selber herausfordern? Ja, im Endeffekt genau das, was ich gerade gesagt habe. Sich informieren darüber. Mal schauen, ob die ganzen Annahmen, die man so hat, ob die korrekt sind. Vielleicht ein paar Dokus schauen. Und dann sich immer mehr im Alltag einfach trauen. Vielleicht einfach mal probieren, eine Spinne mit einem Glas einzufangen. Experimentieren, wie Spinnen reagieren. Ja, das ist so ein Riesending. Man hat immer diese Idee, die sind ganz schnell und krabbeln überall hin. Das stimmt nicht. Ja, ich hatte selbst schon oft eine Spinne auf der Hand. Auch diese Winkelspinnen, vor denen viele so Angst haben. Diese Schwarzen, die oft im Keller sind, die sind recht groß auch. Die sind gar nicht so schnell, wie man denkt. Und die wollen nicht auf die Hand. Die wollen den Menschen nicht berühren. Die laufen eher davon. Die wollen in die Haare. Die wollen sich in den Haaren verfangen. Genau, das wollen sie. Und einfach möglichst viele Daten sammeln darüber, wie sich die tatsächlich verhalten. Und je mehr ich das sammle, desto mehr werde ich merken, so schlimm ist es gar nicht, wie ich es mir denke. Also immer die Distanz zu den Spinnen verringern. Wir werden es probieren, oder Antonia? Ganz bestimmt. Lässt sich eh nicht vermeiden. Offenbar. Johannes Lanzinger, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Gar kein Problem. Hat mich sehr gefreut. Falls ihr weitere Phobien habt, uns erzählen wollt, wie ihr eure Arachnophobie losgeworden seid und uns den Namen eurer Hausspinne mitteilen wollt, freuen wir uns über E-Mails an besserleben.at.at. Wir freuen uns natürlich auch über Themenvorschläge. Wir freuen uns über Fünf-Sterne-Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ganz genau. Dieser Podcast wurde produziert von Christoph Neuwirth. Das war Besser Leben. Baba und bis bald. Ciao.